Wir haben uns gerade noch was anderes überlegt. Wir haben im Moment sehr schönen Sternenhimmel und alles, also einen ziemlich klaren Himmel und hat wahrscheinlich schon jeder mal gesehen. Der Himmel ist zwar dunkel und oder schon relativ dunkel und trotzdem kann man folgendes entdecken. Da gibt es einen schönen weißen Punkt und dieser Punkt ist höchstwahrscheinlich ein Flugzeug und dieses Flugzeug fliegt da mittendurch. Das wird also noch von der Sonne angestrahlt. Mitten durch den Himmel. Das heißt ja mit anderen Worten, es muss folgendes sein. Die Sonnenstrahlen für uns sind schon lange verschwunden, weil die Sonne diesen Teil der Erde beleuchtet. Wenn wir hier hinten wohnen, das ist unser Punkt, das sind wir. Sieht auch aus wie wir. Wir sind alle grün übrigens, das wusste keiner. Dann sind aber die Sonnenstrahlen irgendwann mal ganz weit über uns. Obwohl der Himmel dunkel ist, wird ein Flugzeug, jetzt mach ich mal rot, immer noch angestrahlt und wir sehen am eigentlich schon relativ dunklen Himmel ein helles Flugzeug lang fliegen. Ich meine jetzt keinen Satelliten. Flugzeuge fliegen im Allgemeinen zwischen 10 und 11.000 Meter Höhe und jetzt kommt der Ansatz, wie kann man ausrechnen? Tja, wie weit ist die Sonne schon untergegangen? Wie weit ist dieser Sonnenhorizont entfernt? Das kann man machen. Jetzt haben wir uns mal eine Skiz überlegt. Das sei hier die Sonne. Also ich habe das mal extra, damit es besser auffällt. Das ist die Sonne. Habe ich das mal in orange gemacht? Nicht in Aubergine, das kommt später. Ähm, der Sonnenstrahl wird also praktisch, wir haben idealisiert, hier ist der letzte Sonnenstrahl, der noch hier so gerade so die Erde berührt und wir haben sowas ähnliches wie mit dem Horizont. Wir wollen aber die Aufgabe erweitern. So, also, wie kann man rechnen? Man kann sagen, in Aubergine einen rechten Winkel einen Mallen und dann haben wir verschiedene Strecken und dann rechnen wir aus. Wir wollen aber nicht wissen oder nur begrenzt wissen, wie weit es ist. Wir werden mal sehen. Wir haben jetzt gerade ausgerechnet, dass der Mann hier oben im Flugzeug 375 Kilometer weit gucken kann, wenn er gerade so die Sonne am untergehen sieht. Das Flugzeug wird gerade noch so beleuchtet. Jetzt sind wir mal überlegen, wie weit ist denn das? Ja, das ist weit, aber jetzt kommt die nächste Frage. Wie lange ist die Sonne für uns hier im grünen Punkt schon untergegangen? Das haben wir geschätzt, eine halbe Stunde oder sowas könnte alles sein. Also in 11 Kilometer Höhe sieht er so untergehen. Für uns ist es schon untergegangen, aber wie lange ist das? Gehen wir mal von der Überlegung aus. Vielleicht kommen wir dann weiter. Und zwar von folgender Überlegung. Schnell mal wieder einen Kreis. Der muss jetzt genügen. Einmal rum sind 360 Grad. Einverstanden? Große Frage. Eine Stunde lang heißt dann, wie weit hat sich die Sonne weiter bewegt? Wir haben uns folgendes überlegt gerade. Die Erde dreht sich in 24 Stunden. 24 Stunden dreht sie sich einmal rum. Also 360 Grad in 24 Stunden. Jetzt wollten wir nur eine Stunde haben. Naja, 360 und 24, das kann man ganz locker machen. Also eine Stunde bedeutet dann, 15 Grad bewegt sie sich weiter. Wie kommt man aber jetzt mit so einer ähnlichen Beziehung an dieses Problem heran? Seid ihr einverstanden, dass man sagt, zwar ist die Erde kugelförmig, aber 375 Kilometer ist x hier oben. Das ist doch so ähnlich hier auf dem Kreisbogen auch. Einverstanden? Okay. Was kann man jetzt also demzufolge machen? Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass 360 Grad den 40.000 Kilometer dem Umfang der Erde entspricht. Und dann habe ich daraus eine Verhältnisgleichung gebildet und die dann umgestellt und ausgerechnet. Und dann bin ich auf 3,375 Grad gekommen. Und wenn man dann hier von, wenn man dann von hier oben ausgeht, dann entspricht das 13 Minuten. Gut, haben wir schön rausgekriegt. Natürlich, in der Praxis ist es so, weil ja Licht auch gebeugt wird, weil es noch an irgendwelchen atmosphärischen Schichten reflektiert wird, weil ach und so weiter. Darauf kommen wir aber später, ist dieser Effekt des angeleuchteten Flugzeuges noch eine Weile länger zu sehen. Wenn das theoretisch genauso klappte wie hier, hieße das, nach Sonnenuntergang wird automatisch, klack, das Licht ausgeschaltet und das wissen wir alle, das ist nicht so. Gut, das bis dahin.